Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie hören zu Beginn eine Auftragskomposition des Westdeutschen Rundfunks. Und zwar schrieb Parel Blatny für mein Orchester Dedication to Berlin. Zu Blatny muss ich sagen, dass er ein sehr erfolgreicher Komponist in der Tschechoslowakei ist. Er hat in diesem Jahr den ersten Preis beim internationalen Komponistenwettstreit davongetragen. Dieses Stück, die Auftragskomposition, ist dem Zwölftonsystem geschrieben, hat aleatorische Flächen und zwei Solisten. Wilton Gaynor, Tenorsaxophon, Wilton. Und Jiggs Wickham, Posaune. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020